Startsicherheit, öffnen Sie die Tür. Donauere Wetter, man geht ja echt ganz schön schnell. Soll ich die Tür. So, jetzt war ich jetzt meiner Bette zu... Oh, ich muss mal an, ich muss mal an, ich muss mal an, ich muss mal an. Hier geht es da hin. Das ist eine Sitzgelegenheit. Das war die Aussicht am Hermannsdenkmal und jetzt fahre ich Richtung Detmold. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal der erfreuliche Part der Strecke, es geht nämlich jetzt gleich runter. Sehr steinig, aber sehr schön. Kurz vor der Straße überquert und jetzt setzt sie auch weiter. Sehr cooler Weg, allerdings dicke Steine unter dem Lauf, die man natürlich nicht sieht. Jetzt fahre ich doch lieber die Treppen nochmal und hier diesen schönen Weg runter. Das ist doch viel cooler. Da hängt ein dicker. Ja, das ist wirklich viel vor zwölf. Wollen wir gleich kontrollieren? Gut, wirklich. Treppen-Challenge. Der Schallenge. Die Freiheit kollabiert Die Gedanken, jedes Wort sind sie jetzt Staatssicherheit, die Freiheit kollabiert Die Gedanken, jedes Wort sind sie jetzt Staatssicherheit Die Freiheit kollabiert